hallo hallo liebe ramba zamba tv freunde schön dass ihr wieder dabei seid videoaktions deal zeit wir haben ja so viele zuschriften kriegt fressdeal 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 freunde wir können nicht nur fressdeals machen ja steht weihnachten vor der tür wir müssen weihnachtsware machen aber wir haben gesagt komm ein fressdeal machen wir jetzt halt noch mal ich gehe mal wieder runter und dann räumen wir mal wieder ein oder große kiste fressdeal wir packen in den fressdeal erst mal hier welt entdecker da ist bier drin das bier ist ewig und drei tage haltbar ist zum verschenken so ein set sind drei flaschen für einen kumpel für einen freund für wen auch immer zum verschenken zum selber trinken ist in so einem herrenhand täschchen sozusagen kostet 10 euro 1095 da packen wir schon mal zwei mit rein ja der ganze deal kostet was haben wir eigentlich für den drei 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 euro haben wir für den ganzen deal 10 20 euro zweimal bier packen wir hier schon mit rein dann gibt es einmal 750 gramm lindikowski vom allerfeinsten 750 gramm vom allerfeinsten ich sag's vom allerfeinsten 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 damit es auch jeder gehört hat gibt es einmal dazu kostet zehn euro da bist du schon bei 30 euro nur die drei artikel ja dann kriegst du hier von der firma simic haben wir ja wieder die schön leckereien ich mache jetzt mal so wir packen davon irgendwie fünf teile rein da gibt es bestimmt 20 sorten ich habe jetzt nur mal stellvertretend welche mitgebracht ja wir packen einfach fünf teile rein ich nehme jetzt mal irgendwelche ja aber da packen wir schöne fünf teile rein in diese packung die kommen damit zu das ist schon wieder fünf euro dann gibt es garantiert zweimal erdbeer waffeln die belgischen mit dicker schokolade und immer einzeln eingepackt und hier auch der 24er pack wieder einzeln eingepackt ja auch wieder okay die gibt es dazu bist du wieder bei fünf euro zack kommt auch dazu dann packen wir dazu hier kommen von der firma navara die schönen schaumkuss röllchen lecker die sind super lecker in der frischhalte box ja auch hier bis februar nächstes jahr mindestens halbbar da achten wir natürlich mal drauf gibt es zwei boxen bist du auch wieder bei drei euro ja drei oder vier euro die packen wir da auch wieder rein müssen mal gucken wie wir das machen dann packen wir da ein bisschen was herzhaftes guck mal vom pfani die mini knödel fix und fertig die packen wir dazu dann packen wir dabei hier ein bisschen was zum futtern abends was italienisches krisini paar schokoladen hasselnusskekse drei pakete wieder drei euro wieder mit drin dann die kippen im original von so einer schokoladen glasfirma zum tippen vierer pack zweimal auch wieder mit dabei dann wieder was herzhaftes dazwischen von der firma zamek fertig zu bin gibt es auch wieder mit rein und soll wieder gucken dass wir das verpacken dass das nicht aufgeht übrigens auch hier wieder wenn ein an die kriegt und so einmal aufgeplatzt und der da ist ja so fertig pulver drin dass da drin keine reklamation ich sag gleich bestellt nicht dann bestellt nicht werden wir haben so wenig stress bitte 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 okay kirche im dorf lassen dann packen wir dabei das sind schon irgendwie bei 45 50 euro alles was da drin ist was immer noch bei 33 schokolierte früchte schokolierte fischlis hier einmal 150 gramm kostet raus irgendwie 279 also schokolierte kirchen langes datum 279 schokolierte rasch ist 279 bis 6 euro weiter das knallt und zum schluss guck mal was da liegt das sind schöne deutsche schokoladen und zwar guck mal von der firma stortz aus dem schwabenländle fair trade schokolade vom aller feinsten das ist ganz oberstes regal richtig lecker 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 ja ewig und drei tage auch wieder haltbar du kriegst 50 teile ja die sind immer so was sind das ich weiß gar nicht viel gramm haben die 15 gramm 20 gramm ich weiß es nicht große kleine dicke dünne super leckere schokolade kann man an geschenke dranhängen oder einfach selber laschen die 50 teile ich weiß was sind das 56 7 800 gramm schokolade sage ich jetzt mal mindestens 5 600 gramm schokolade gibt es noch dabei die kostet allein in dem fall jedes teil 49 cent draußen da kostet die teile 49 cent ob dir das gefällt oder nicht das ist halt immer so ja die kosten so viel gibt es 50 teile die schenken wir dabei okay die packen einfach oben drauf 50 teile kommen ins paketchen mit rein und das ganze immer noch 33 euro wir haben 100 deals wenn sie weg sind sind sie weg okay oben und vorne klicken fressdeal 3.0 lecker